Herzlich willkommen zu unserer siebten Serie über das Thema FileMaker. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Feldformate und Felddefinitionen befassen. Denn wir haben bis anhin einfach einige Felder genutzt in unseren Beispieldatenbanken. Und jetzt wollen wir eine Übersicht der verschiedenen Feldformate einmal erarbeiten. Und kurz dabei auch schauen, wie wir diese im Layout spezifisch anpassen können. Ich habe hier bereits eine kleine Datei vorbereitet mit verschiedenen Feldern, wie Vorname, Nummer, Betrag, Erfassungsdatum und dergleichen. Und wie diese Felder definiert sind, das können wir nachschlagen im Menü Ablage unter Verwalten bei Datenbank oder über die Kurzel Shift, Befehl und D. Dann öffnet sich das Fenster Felddefinitionen. Das ist nämlich die Datenbankdefinition. Und die Tabelle, die wir hier angelegt haben, heisst Felddefinitionen. Es gibt hier in dieser Datei nur eine einzige Tabelle. Und darin sind im Moment sieben Felder abgelegt und noch keine Datensätze. Die Felder schauen wir uns also hier an. Es gibt ein Feldvorname, das haben wir einen bestimmten Typ zugeordnet, das ist der Typ Text. Es gibt ein Feld mit der Bezeichnung Nummer und der zugeordnete Feldtyp ist Zahl. Der Betrag, den wir hier als Feld erfassen wollten, hat ebenfalls die Definition Zahl. Und ein Erfassungsdatum, welches wir automatisch generieren können, hat logischerweise auch die Felddefinition Datum. Eine Erfassungszeit wird mit der Felddefinition Zeit angelegt. Ein Zeitstempel, welches besteht aus Datum plus einer Uhrzeit, wird als Zeitstempelfeld definiert. Und Bilder können wir zum Beispiel ablegen in einem Containerfeld. Diese Feldtypen, das sind die wichtigsten Feldtypen. Sie werden auch in einem Fenster hier unten unter Typ werden sie dargestellt. Wir sehen hier nochmal Text, Zahl, Datum, Zeit, Zeitstempel und Container. Darunter gibt es noch die zwei Ausnahmen, Formelfeld und Statistik. Wir kommen später darauf. Dies also ist die Felddefinition, die wir gemacht haben. Und sie lässt sich nun anpassen. Möchte ich jetzt ein Feld hier anpassen, wie zum Beispiel das Erfassungsdatum, dann kann ich hier mit Doppelklick ein Fenster öffnen, worin ich die Optionen für das Feld Erfassungsdatum angeben kann. In diesem Fenster habe ich vier Möglichkeiten, vier Tabs sozusagen. Es betrifft die automatische Eingabe, die Überprüfung, die Speichervariante, wie das Feld verwaltet werden sollte und für japanische Zeichen noch ein Furigana-Einstellung. Bei der automatischen Eingabe kann ich jetzt für das Feld vom Typ Datum angeben, dass er mir automatisch beim Anlegen eines Datensatzes das aktuelle Datum einfügen sollte. Das ist genau die Angabe, die ich haben will. Das ist ein Feld, das einfach im Hintergrund laufen kann und einfach diese Information abspeichert. Ich bestätige die Eingabe und damit ist jetzt als Kommentar oder Option hier angegeben, dass das Erstellungsdatum für dieses Feld automatisch eingegeben wird. Dasselbe machen wir jetzt für die Erstellungszeit. Hier setzen wir jetzt einfach die Erstellung für Zeit. Andere Optionen sind hier nicht anwählbar, weil es hier jetzt darum geht, einfach ein Zeitfenster oder ein Zeitfeld zu nutzen. Es macht durchaus Sinn, dass man für verschiedene Eingaben auch verschiedene Felder nutzt. Zum Beispiel eine Zeitangabe in einem Zeitfenster oder in einem Zeitfeld zu speichern, macht es möglich, dass ich Stunden zusammenrechne, ohne dass ich komplexe Berechnungen machen muss. Für ein Datumsfeld kann ich einfach plus oder minus 30 Tage rechnen und das wird dann korrekt verarbeitet mit allen Datumsangaben und Kalenderinformationen im Hintergrund. Jetzt bei einem Zeitstempel wollen wir das später auf andere Art lösen und das Containerfeld, das belasten wir einfach mal so und wir schauen jetzt, was wir machen können. Jetzt gleich im nächsten Video schauen wir an, wie wir auf dem Layout jetzt diese Angaben besser nutzen können. Wir haben aber bereits für zwei Felder eine automatische Eingabe gemacht und werde ich jetzt einen neuen Datensatz anlegen, indem ich hier auf Neuer Datensatz klicke, dann werden bestimmte Sachen bereits automatisch ausgefüllt. Hier das Erfassungsdatum und hier die Erfassungszeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal.